Mein Friseur, ein Team, wo sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen. 16. September 1997. Am Anfang stand eine Idee. Beste Haarschneidequalität zu Bestpreisen. Ein Team, wo sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen. Ein Name, ein Logo entstand. Mein Friseur. Nach demselben System wurden weitere Standorte in Gaspulshofen, Lenzing, Linz, Zürs, Haag, Böcklerbruck, Bad Schallerbach, Weizenkirchen und Wolfsegg eröffnet. Für 47 Mitarbeiter inklusive 14 Lehrlinge wurde ein Arbeitsplatz geschaffen. Auf Wunsch wurden Mitarbeiter auf die besten Friseurschulen geschickt, um sich weiterzubilden und um unseren Kunden die beste Qualität zu bieten. Daraus ist die Idee entstanden, ein Franchise-Konzept zu errichten, wo sich Friseure selbstständig ein Geschäft eröffnen können und auf ein bewährtes System, das ihnen Hilfe und Sicherheit bietet, zurückgreifen können. Mein Friseur. Ein Team, wo sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen.